Geh weg! Nach links? Ich folge immer den Strahlen des Fotos, wo es hin verschwindet. Hier zum Beispiel nach links. Falsch! Ich weiß noch nie genau, ob es wirklich richtig ist. Da liegt was. Ne Knarre! Ok, hier bin ich jetzt falsch. Toll. Falsch! Oh Mann ey! Ok. Hier war das Foto vorher. Ich versuch nochmal hier lang zu gehen. Figure it out. Was jetzt noch fehlt ist, dass hier der tote Vater irgendwie hinter uns her ist. Mit so einem wackelnden Kopf die ganze Zeit. Der so die ganze Zeit hin und her schlackert. Ok, ich geh doch wieder nach unten. Irgendwo da muss es ja sein. Hä? Hä? Hier. 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 noch mal nochmal. Was? Wir müssen irgendwas heraus- Oh! Oh! Ähm... Truth, lie. Truth, lie. Truth, lie. Lüge, Wahrheit, Lüge, Wahrheit. Was? Bitte was? Alter. Alter. Die Angst, angeschaut zu werden. Alter, ey, das ist so durch. Alter, ich... Alter, ich will nicht mehr. Okay, wir nehmen das Foto. Das ist so unfassbar. Lüge oder Wahrheit? Der Vater starb nicht im Verkehrsunfall. E spendet sich im Weg dahin. Wie ist denn immer wieder los? Eheheh! Eheheh! Undw Should. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, das war einfach... Das war nötig. Entschuldigung. Ähm. So. Habt ihr auch dieses laute Geräusch gehört? Was war denn dieses laute Geräusch? Was da... Das ist ja komisch. Jetzt ist da drüben ne Tür offen und uns fehlt aber glaube ich nur noch ein Foto, oder? So. Entschuldigung. So, okay. Ein Foto fehlt uns noch. Pass auf. Okay. Warte, warte. Pah! Okay. So, dann mach ich hier erst mal aus. Ne, dann mach ich mal hier, lalalala. Ist voll die, ist voll die, äh, äh... Guck mal, wen wir noch mal haben. So. Weg mit dem Putin. Und hallo, da sind wir wieder. Jetzt alles, äh, jetzt funktioniert wieder alles und wir sind wieder bei Null. Der Timer ist wieder sauber. Das war ja komisch. Habt ihr auch dieses Geräusch gehört? Diese Laute? Das... Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass da... Ähm... Komisch. Ich hoffe, es ist jetzt keiner mit dem Stream eingeschlafen und hat dann das laute Geräusch gehört. Was da auf ominöse Weise... Die kann... Ich kann mir das nicht erklären. Das ist... Erstmal ist Handy weggeworfen. Ach, schön. Boah. Ähm... Ja, schade, dass diese Pausen niemals auf YouTube erscheinen. Das war sehr lustig. Äh, und jetzt, wenn ich... Ich hab wahrscheinlich an dieser Stelle jetzt geschnitten und keiner auf YouTube weiß dann irgendwie... Worum es gerade ging mit dem lauten Geräusch. Denn das ist ja von den... Von den Pausen. Dein Ernst, komm! Ich hab grad den Herzgefakt bekommen, du Lügel! Schön. Ach, ja. Ich hab mich so erschreckt, dass ich jetzt weine. Voll gut. Entschuldigung. Ich hab auch... Boah, die Tränen... Sie... Sie... Versiegen nicht. Warte. Ähm...